BroTV Da spricht dein Intro Ja du wolltest doch neues Intro vorstellen, weil uns das ja so langweilig ist Aha Deadass, okay egal Das war genug Intro Ne mann, was müssen wir machen, es ist so lange her Wir müssen immer noch zu dem Punkt Oh der Punkt, ne der Punkt Wollen wir kein Fahrzeug nehmen, da war noch eins Stimmt, du hast recht Kann ich hier auch so Dolphin Jump machen, ey ich hab alles vergessen Du kannst einen coolen Jump machen, das ist richtig Ja Ich spawn mal eins Ja du spawnst eins und du bist der Fahrer Ansonsten kommen wir nie an Wir können auch beide eins fahren Ne mann, los Ab auf dem Fahrsitz mit dir Los, fahr Was, nein Fah Egal YOLO YOLO So, okay, jetzt geht's ab hier Jetzt gibt's Vernichtung Gratatatatata Boom, boom, boom Ist das eigentlich unser Main-Ziel? Hatten wir nicht irgendwie eine Fail-Mission noch drin oder so? Ah Doch, wir müssen Ah ne, passt Ich isch deine Mutter Okay, Marc, kuscheln und töten Hm Oh mein Gott, ey Die ist ja noch heftiger als Heavy-Weapons-Guy Benji, siehst du das? Halt null Kommentar Achso, das ist die Mission Ich steig nochmal aus, eh Wir müssen eh mit der Reden Ja, das ist ja die Mission Und wir hätten hier wirklich zwei Fahrzeuge Müssen Benutzen Arrr Okay, okay, okay Klar Sie sagt mir, wir wollen jemanden retten Wir brauchen noch ein zweites Fahrzeug Brauchen wir? Sicher? Ja Gönn dir Infiltriere Bloodshot Stronghold Und rette Roland They see me Roland 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 Okay Die Mission ist, wir sollen Teile von gegnerischen Fahrzeugen machen Damit schalten wir neue Fahrzeuge frei Okay Und unsere Fahrzeuge gehen halt schnell im Arsch Und deshalb machen wir beide das Es geht schneller Wenn wir beide Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ich seh hier nur kleine Der Kreis In diesem Kreis können Fahrzeuge auftauchen von Gegnern Ah, okay Die tauchen also auf Und die Teile sammeln Also hier ist schon einer, der gegen mich fetzt Die Teile müssen wir kaputt machen Die haben halt auch Fluggeräte, die Schweine Easy Aber ich hab halt ne MG mitgenommen Mein Fahrzeug ist schon voll im Arsch Weil es lebt und gedeiht Ja gut, ich hab's kaputt gemacht Musst du noch was aufnehmen oder so? Äh, nicht Ich weiß nicht, ob alle Teile diese Dinger droppen, die wir brauchen Musst du halt ausprobieren Ich geh halt mal zurück in die Werkstatt Und reparier das Gerät Weil mein Fahrzeug ist fast im Arsch Ja, okay Ich merke gerade Du hast getankt Aber richtig Jep Au, 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 au Das gibt schon gut auf die Fresse Ich mach mal das Luftteil kaputt Einfach zurückfahren und repariert das oder wie sieht es aus? Einfach zurückfahren, genau Zurück zur Basis Alter, wie der ausrastet Wenn der fährt Der fährt ja voll gegen alle Wände Geht, ne? Ah, jetzt flüchtet er Ah, okay Und wenn ich so weit hier bin, werde ich gehealt Alles klar So, ich hab das Teil Das Teil? Ich dachte, mehrere Teile Achso, wenn ich drüber fahre, bekomme Ich sammle Banditenfahrzeuge Ein aus fünf Ich hab eins jetzt angesammelt Aber ich werde angeschossen von irgendwas Ja, da kommt das nächste Fahrzeug Ich sollte nicht gleichzeitig lesen und fahren Also versuchen zu fahren Ich hab das nächste Teil, ein Rad Nice Und ich habe Kleine Ruckler drin Das nervt einen bisschen Klagt da nicht gerade was noch? Warum auch immer Wahrscheinlich muss noch meine Grafikkarte in Fahrt kommen Der Kreis, warum blinkt der denn jetzt? Moment, da muss was liegen, ne? Oder? Ähm Ne, in dem Kreis tauchen die Fahrzeuge auf Ja, aber merkst du Der Kreis geht bei mir voll ab Der geht groß klein, groß klein Achso, das ist Nein, das ist so Radar-like Wenn du auf die Map guckst Wenn du M drückst Ach Da, irgendwie, oder? Drück einfach M, dann weißt du Wie, inwiefern das gemeint ist Okay Hm Siehst du das? Ich ahne es voll, nicht so Hast du es angeklickt mit M? Hoppala Ja, ich hab die Map rausgeholt Aber trotzdem bin ich irgendwie zu blöd Okay, dann vergiss es einfach Ignorier es Ja, okay, super Wir müssen jetzt sowieso erstmal zur zweiten Map So, die ist dort Wo? Weil dort Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen, ne? Hm, das ist die Missionsabgabe Ja, das ist dann, wenn wir die fünf Teile haben Das ist die schöne Frau Ja Ein Caravan-Export So, okay Zerstören wir das Sammeln das Teil ein Ist keins dabei Sammeln wir das Teil ein Hier ist auch keins dabei Caravan, oh man Nein, das soll es nicht anballern Die haben das Teil entführt Das sind sie Habe ich inzwischen auch gemerkt Weil es keinen Schaden genommen hat Hm Gut gemacht Da oben Hört mal zu, was der sagt Obwohl, wenn ich ehrlich bin, hab ich auch drauf geballert Da ist er mal ehrlich Ah, fuck it Ich meine Bucket Ne, ne, das Spiel ist doch sowieso schon FSKX Also passt das alles Ich hab noch einen Rat gefunden So, mach Oh ja man, sie feuert uns an Ich flüchte jetzt halt Flüchte mal nicht Wie nimmst du die Teile auf? Fährst du einfach ran, oder was? Ja, einfach drüber fahren Ich hab nämlich noch keins gefunden Du hast die alle geholt Ich muss mein Fahrzeug erstmal reparieren Bam 3 aus 5 Badass-Rang Welches Level bist du? Level 10 Wie viel, wie groß ist da Balken ungefähr? Die ticken mehr als die Hälfte Alles klar, haben wir denselben Stand Halt, stopp Der Kreis ist doch gerade wieder perfekt So, okay, suchen wir die nächsten Fahrzeuge Ich suche Bollerei und keine Fahrzeuge Da kommt der nächste, siehst du wie der runterfährt Muss man dir einfach angucken wie die fahren Total wie die Ich glaub die haben mit dem Führerschein in Pinneberg gemacht Dankeschön Oh, wir haben eine Oase entdeckt Einer fehlt Ah, na ne das bist du Doch das ist, ne das ist ein Gegner Tatsache Und du ballerst mich halt an Was Friendly Fire, die ist das? Ja, das letzte Teil haben wir jetzt Oh cool, jetzt können wir zurück zum Ausrufezeichen, ne? Richtig Dann kriegen wir neues Fahrzeug Easy Huch Boah der Sprung Was denn da passiert? Bei mir? Ne, bei mir, ich bin gerade ausgefahren und dann plötzlich lag ich auf der Seite Wahrscheinlich bist du über den Hügel gefahren und bist geflogen Wahrscheinlich hast du das irgendwie gemacht Ja Oh hier Speedpool ist los Speedpool ist los Boah Ohohoh Total die Ich wollte Oh noch ein Fahrzeug Alter siehst du ihn, er ist auf dem Rücken gelaufen Wie fahren die denn bitte? Na, wo ist die denn? Ja, wir müssen sie auch abgeben Stimmt, ne? Wer bist du denn? Ich hab sie schon gefunden So, der will eine Mission geben Was, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Drin Ach Da Ich bin zum falschen Ausrufezeichen gegangen Oha, sie schmuggelt uns so rein Richtig Diese Biatch Ich hab Munition gefunden Stimmt, hier gibt's doch bestimmt viel zu finden Oh, hier oben Was? Geschäfte Oh, gut Unnötige Waffen verkaufen Und lexern Ah, wo war das denn hier mit Einfach Muni holen Das ist nicht kein Licht So, was war das? Das war für Level 6 Das brauch ich nicht Das war auch Level 6 Brauch ich auch nicht Brauch ich auch nicht Brauch ich auch nicht Brauch ich auch nicht Ist voll, ist voll, ist voll Ja, verkauf halt deine Sachen im Rucksack Ne, ich hab schon überall Muni Du brauchst ja nicht zu tauschen Das ist der Trick So, meine Muni ist schon fast alle Äh, wo ist der Wagen? Ja, wir spawnen gleich wieder neue Im Moment Wie, wir spawnen gleich wieder neu Hier, äh Ah, da mit ihr wir reden Ne? So, okay Ich hol mir einen neuen Wagen Nämlich den Bandit Schönheit liegt im Auge des Betrachters So, ich hab zwei Fahrzeuge gespawnt Warum nun wieder zwei? Was lustiger ist Geht So, okay Wir sollen jetzt, äh Irgendwie sollen ihre Ornamente einsammeln Was? Warum ist das Fahrzeug so special? Es sieht special aus Ja, mach mal rechts klick Aha Uh Ach, das kannst du sogar einfach schnell schießen Krass Ja, komm mal mit Sieht auf jeden Fall lustig aus das Teil Richtig Oh, ein bisschen laut bei dir, oder? Soll ich leiser machen? Ja, aber nicht so ingame Geh mal an deine Box dran Unten Ach so, ja, klar So, ne? Trotz ihrer Figur What the fuck? Alter Was machst du da? Was ist da los? Ich seh nur vom Weiten, wie du da oben fliegst Ach so Von da oben Aha Aha Ich hab irgendwelche Bitches da umgeschossen Aber hast du's gesehen, wie schön das ist? Du musst es nicht aufmachen Es war nur so verlockend, das zu tun Du machst es einfach auf Es gibt Erfahrung Du musst es auch mit Boost machen Wo ist die Boost-Taste nochmal? F Hab ich doch vorhin gefragt und du sagst es mir nicht Ich hab dir nicht zugehört Moment mal Hatten wir das nicht das letzte Mal schon genauso? Was? Dass du mir nie zugehört hast? Nee Wir sollen die auch hier gar nicht killen Wir sollen die Ornamente einsammeln Ist mir doch egal hier Wollen wir das getrennt machen? Ich geh woanders einsammeln, du woanders Moment mal, bestimmt wieder Ausrufezeichen Nicht der Ausrufezeichen Sondern zu den Kreispunkten Eita Fuck it Wir haben schon ein Ornament eingesammelt, warst du das? Ja, das war ich, glaube ich Ich weiß gar nicht, was das sein soll Ich habe irgendwas kaputt gemacht und dann hatte ich eins Vielleicht lag es daran Das ist auch gut Lach doch bestimmt daran Achso, wir sollen die Ornamente In diesen Kreisen wieder suchen Oh, diese Dinger Bringen schon gut Spaß Ich weiß aber gar nicht wo Ja Fuck, ich bin ja ultra low Ich bin ein bisschen verwirrt Ich sehe den Kreis auch wieder nicht Like a pro Ich sollte mal mein Fahrzeug irgendwo reparieren Achso, die Fahrzeuge sind unsere Ziele Also doch die Fahrzeuge Davon hatte ich eins mal kaputt gemacht Aber ich sollte mal mich schnell reparieren Das Ding ist, aber das Teil ist nicht so gut gegen... Ach, keine Ahnung Irgendwie fand ich das mit der MQ Obala Ich sterbe gleich Der fährt nur in die Wand und stirbt halt So, okay, ich habe noch ein Ornament gefunden In die Wand? Ich werde beschossen Drück F, fahr weg Drück F, was laberst du? Ich bin schon längst raus aus dem Fahrzeug Dann ist doch gut Achso, ist das Fahrzeug schon down? Ja, ging down Ja, dann spawn dir ein neues Ja, ich lauf doch gar nicht schon Und ich habe noch eins So, suchen wir das nächste Hau ab, dummes Viech Ich weiß halt nicht, was zu tun ist Weil ich halt die nicht höre, was sie sagt Ich habe die halt ausgeschaltet Ich sollte vielleicht einen Untertitel anschalten Wir labern so viel, als dass ich darauf aufgepasst hätte Aber Fahrzeuge kaputt machen klingt doch irgendwie ganz gut Aber macht es Spaß, mit diesen Dingern rumzufahren Mal sehen, wie spawn ich das denn Einfach rangehen Du hast das immer gemacht Und du hast das Spiel schon mal gespielt Fahrzeug spawnen Ich bin der Zielkönig Oh, ich bin direkt drinnen, wenn ich es sage Ah, okay, okay 1333 Leben Das ist eine spannende Zahl Ah, da hinten bist du Damit hätten wir das nächste Ornament Alles klar, das ist doch das gleiche wie gerade eben Was laberst du da immer von Unterschieden und so Ich habe keine Ahnung Aber ich sehe das nächste Fahrzeug Wow, ich will auch Fahrzeuge sehen Jo, ho, ho Da freut er sich Da ballert irgendwas tot Ich mache es kaputt So, ich habe es down Jetzt müssen wir wieder zu ihr zurückkehren Nein, eins noch Eins fehlt tatsächlich noch Ich habe es gefunden Du hast schon gefallen gefunden am Wort Tatsächlich, ne? Du hast an dem Wort tatsächlich ganz schön gefallen gefunden, ne? Tatsächlich? Tatsächlich Das gibt es nicht Das sieht schon ganz schön gut nach einer Rape Veranstaltung aus Ja, du Rape Fruit Ja, ich habe ihn down gemacht Doch nicht Ach, da ist noch einer Achso, wir haben alles eingesammelt, was wir brauchen Ja, fahren wir da hin Ich bleib hier Ich bleib hier und warte Ach, so ist das Ja, wir haben alle Ja, ich fahre doch zurück gerade Ihr fährt halt gegen die Wand Ich war gegen die Wand? Nein, der Typ da Ich wollte gerade sagen Die können alle nicht fahren Alles klar, was? Achso, in der Garage überall Oh Gott Das sind Figuren von ihr selber Ja Oh Gott Die ist schon überzeugt von sich selber, ne? Oh, fuck Mann, die sieht auch wunderschön aus Die hat mein Fahrzeug zerstört Ich bin halt tot Gut Du bist tot? Nein, bin ich nicht Fast tot gewesen Aber ich habe noch meinen Geschütztürm Platzieren Keinen Scheiß, ey Ich kann nicht So was habe ich überhaupt für Waffen dabei Ach, da noch Ja Einmal E drücken reicht auch nicht Ah, ich habe schon coole Waffen dabei Ich sehe es nicht Ah, da Oh, nö, ey Oh Gott, oh Gott So, geschafft Lange gebraucht Aber geschafft So, und nun? Ja, und nun gibt es halt Action Action auf Perfektion Ja, äh, Belohnung annehmen Oh, bisschen Erfahrung Ja, mhm Der Afterburner Boostfähigkeit Was ist das denn hier? Das nehme ich doch Hast du was gefunden? Äh, sie hat mir was gegeben Oh, cool Weil ich ja die Mission hier beendet habe sozusagen Achso, wir haben diese Mission gemacht Um ein Fahrzeug von denen zu kriegen Damit wir durch dieses Tor kommen Weil die haben uns mit dem einen Auto Nicht durchgelassen Jetzt können wir auch meinetwegen Wieder zusammenfahren Ja, selbstverständlich Ja, selbstverständlich Okay Hinter dir Ich habe einfach gewartet Dass es daneben gespawnt Achso, du stehst da Huch Schießen Ist doch auch nett Ja, hat auch was Abgesehen davon, dass ich Ja, man kann halt im Vierspielermodus Zwei hinten und dann einer im Geschützturm und einer fährt No, not bad Ist doch ganz witzig Bist du Vierspieler, also Interessant Könnte lustig sein Aber ich kann halt nicht gerade ausschießen Ich kann nur So Verfolger abballern Vom Dinger Achso, du schießt nur nach hinten Ja Ich kann halt nicht Ist ein bisschen eng hier Ach, das geht schon Langweilst du dich da hinten? Hm, das muss ich Achso Wir haben noch jemanden hier sitzen Der erste View auf dem Video Der erste View Und er schreibt dann gleich so einen Kommentar So Ich habe es gesehen, bevor es draußen war Hipster-Fack Ja Ich bin jetzt ausgestiegen Ich fahre weg Das sieht schon gut nach YOLO aus Ey, du Pisser Jetzt muss ich dir hinterherlaufen Stirb, verreck Hupe am Bloodshot-Tor Ach, der Scheiß Waren wir hier nicht schon mal? Ja, letztes Mal haben wir hier gehupt Und sind nicht durchgekommen Und ich weiß gerade nicht, wie man hupt Das ist Aussteigen Nein, das ist Wechseln Hä? Ey, cool Man kann die Position wechseln Wie? Mit C Hoppala Da habe ich jetzt meine Special-Fähigkeit dazu sehen gemacht Damit schreibt man? Ah, verdammt, wie hupt man denn? Auf jeden Fall drinnen sitzen So, Schützenplatz Das wollte ich Aussteigen Sitzen wir vorne einfach Und jetzt Wie ist es denn bei Mario Kart gewesen? Ah, Z ist es Wenn ich Z drücke, kann ich was eingeben Geil Achso, das Y bei dir dann Weil ich habe es halt auf Englisch und auf Deutsch Deswegen Ja, okay Dann wäre es bei dir Y gewesen Achso, infiltriere Das heißt, ich darf gleich ballern Ja, wir gehen da rein und töten die jetzt alle Und go go Weil das Tor ist offen Jetzt können wir Action machen Vom Ding her hätten wir da auch noch Ein bisschen Stimme stehen bleiben können Iridium Ja, dann geh mal voraus Bin ich dabei Ich mache gerade voll die YOLO-Action Ach, ich habe gar keine richtige Sniper mehr inzwischen irgendwie Ja, ist auch nicht so wichtig Nur zu snipern Vor allem nicht in so einem Gebiet Natürlich Du stellst dich halt vorne rein Oh, das ist ein Badass-Psycho Ach ja Ich war ja der Mongo, der dauernd nur kritische Treffer macht Richtig Ja, gut Du bist tot Hat mir auch nicht viel geholfen jetzt gerade Ich versuch's nicht mal zu reviven Ja, ist das auch für einen Mongo Irgendwie Der greift den Ja, mach's nicht unsichtbar Hä, ich bin sofort wieder da umgegangen Ich konnte nichts mal Nichts machen Ach ja, ja Ist ja gut Den fehlten Arm, kann das sein? Mir doch nicht Oder? Nein, der zum verkrüppelten Mini-Arm Der Der zum verkrüppelten Mini-Arm, der Typ Ist doch cool So, was ist das hier für ein Ding? Das ist eine Waffe, die fand ich nicht so cool Das ist meine coole Shotgun Irgendwo Zwischenboss Ja, Boss Zwischenboss Der Batman Der hat halt Achte mal auf sein Schild Ja, der ist ein bisschen groß, ne? And is Mary Mitches Ah, schön Wie läuft das ab?